Und von Afrika verlegen wir den Schauplatz in den Nahen Osten nach Israel. Dort hat der Verein Beta Jerusalem vor einigen Wochen weltweit für Negativschlagzeilen gesorgt. Wegen wiederholt rassistischer Ausbrüche seiner Fans ist Beta vom israelischen Verband mit einem Punktabzug belegt worden. Doch die Vereinsführung hat seinen rechtsradikalen Anhängern bisher wenig entgegenzusetzen, hat ARD-Korrespondent Sebastian Engelbrecht herausgefunden. Beta Jerusalem ist nur auf den ersten Blick ein Verein wie jeder andere. Die Vereinsfarben sind schwarz-gelb und der Rasen des Teddy-Kolleg-Stadions im Westen von Jerusalem ist grün wie jeder andere. Aber Beta ist auch das Sammelbecken einer rechten Szene von Fußballfans. Die meisten von ihnen sind jüdische Israelis mit Vorfahren aus orientalischen Ländern. In der israelischen Gesellschaft gehören sie zur Unterschicht. Ihr Hass richtet sich gegen die, die gesellschaftlich noch schwächer sind, israelische Araber und Palästinenser. Auf Videos im Internet führen die Radikalen unter den Beta-Fans geradezu stolz vor, was zu ihrem Alltag gehört. Sie urinieren auf die Fahne des Gegners und fackeln deren Schals ab. Sie zünden im Stadion Knallkörper und bengalisches Feuer. Sie stürmen das Spielfeld. Und wenn es gegen die arabische Mannschaft von Bnei Sachnin geht, rufen sie, Muhammad ist tot. Eigentümer von Beta Jerusalem ist einer der reichsten Israelis, der aus Russland stammende Multimillionär Arkady Gaidamak. Dessen Sprecher Israel Goldschmidt hält die rassistische Gesinnung von Fans für ein Phänomen am Rande. Der größte Teil der Fans von Beta Jerusalem gehört nicht dazu. Das ist eine kleine, lautstarke Gruppe. Und sie ist teilweise für diese rassistischen Zwischenrufe verantwortlich. Diese Zwischenrufe sind aber in den letzten Jahren um 90 Prozent gesunken, weil wir sehr hart dafür gekämpft haben. Beim Heimspiel gegen Hapoel Tel Aviv stellten die Beytar-Fans Ende Dezember unter Beweis, dass sie immer noch Rassisten sind. Wenn Toto Tammuz von Hapoel am Ball war, gaben sie Affenlaute von sich. Der israelische Fußballverband bestrafte den Verein für das Verhalten der Fans und zog Beytar zwei Punkte in der Liga-Tabelle ab. Der Protest des Vereins hatte keinen Erfolg. Jetzt droht der Eigentümer Arkadi Gaidamak den Fenster mit, den Klub aufzugeben, wie sein Sprecher Goldschmidt mitteilt. Vor zwei Wochen hat er mitgeteilt, dass er in der nächsten Saison nur dann Eigentümer des Vereins bleiben will, wenn es keinerlei rassistische Zwischenrufe mehr gibt. Sollte es doch wieder vorkommen, dann würde er sein weiteres Vorgehen mit dem Klub überdenken müssen. Gaidamak selbst ist kein Rassist. Er war früher Sponsor des israelisch-arabischen Vereins Bnei Sakhnin. Aber die Vereinsführung um den Beytar-Präsidenten Itzik Kornfein ist allzu nachgiebig mit den Fans. So hat Beytar als einziger Klub in der ersten israelischen Fußballliga bis heute keinen einzigen arabischen Spieler verpflichtet. Für den Sportjournalisten Joaf Borowitz von der israelischen Tageszeitung Haaretz ist das ein Skandal. Die Vereinsführung hat Angst, dass, wenn sie einen arabischen Spieler reinbringen würden, die Fans ihnen etwas antun würden. Davor haben sie Angst. Sie haben keine Angst, dass sie die Spieler angreifen würden, sondern dass sie der Vereinsführung etwas tun würden. Denn die Tage des Präsidenten von Beytar-Jerusalem sind gezählt, wenn er einen Araber zum Verein bringen würde. Er würde sich in Gefahr begeben. Und niemand hatte bisher den Mut, sich diesem Risiko auszusetzen. Im Dezember wagte sich tatsächlich ein arabischer Spieler vor. Muhammad Gadir von Makkabi Haifa bot Beytar-Jerusalem an, in die Dienste des Vereins zu wechseln. Aber Präsident Kornfein lehnte ab. Die Fans seien noch nicht so weit, sagte er im israelischen Radio. Dem ARD-Hörfunk gegenüber wollte sich Kornfein nicht äußern und schickte den Sprecher des Vereinseigentümers Gaida Makk vor. Erst müssen einmal die rassistischen Zwischenrufe aufhören. Das ist ein Thema, das ständig diskutiert wird. In dem Moment, in dem wir merken, dass der Boden auch wirklich dafür bereitet ist, das zu tun, dass der Schritt richtig und klug wäre, dann ist alles möglich, auch einen arabischen Spieler reinzubringen. Aber einen arabischen Spieler reinzubringen, nur um sagen zu können, schaut her, wir haben einen Araber, und ihn dann scheitern zu sehen, daran haben wir wirklich kein Interesse. Die Vereinsführung versteckt sich hinter den Fans. Joav Borowicz von der Zeitung Haaretz macht dem Verein Vorwürfe. Das ist eine Schande für uns. Das ist eine Schande für den Staat. Das ist eine Schande auch für die Medien, die über diesen Club berichten, so als ob es ein Club wie jeder andere wäre. Das ist er aber nicht. Das ist ein rassistischer Club, der der israelischen Demokratie ins Gesicht spuckt. Der Verein lässt sich von der angeblich so kleinen Gruppe rassistischer Fans seine Transferpolitik vorschreiben. Vor ein paar Monaten schlug der Kapitän von Beytar den Wechsel eines arabischen Spielers zu Beytar vor. Daraufhin wurde er von den Fans boykottiert. Der Kapitän musste sich bei den Fans entschuldigen. Sein Vorschlag tue ihm leid, sagte er in aller Öffentlichkeit. Die Kliniker und den полезen가ượng von Beytarhan Beytar của Beytarrans